Merken als Anfang, wenn wir mal zu viert spielen. Ja. Bald. Gut, dann spielen wir jetzt die Raumstation. Das kann wieder nichts Gutes heißen. Ja, wenn sie das schon sagt. Wenn die Frau schon Oh Nein sagt, dann kann es nichts Gutes werden. Es sieht schon mal sehr fett aus auf dem Ladebildschirm. Oh, Alter. Alter, wer soll denn das bitte spielen? Okay. Mit mehr Kraft ist es ein All-in-One gewesen. Ja, mit ein bisschen mehr Kraft kann man hier locker All-in-One spielen. 2-2-2. 2-2-2. 3-2-2. 3-2-2. 3-2-2. 4-2-2. 4-2-2. Das leckt mich doch am Arsch. Wieder rausgehüft. Warum hilft diese Scheißkugel jedes Mal wieder raus? Nee. Ach, die linke Röhre. Ich werde euch die linke Röhre nehmen. Ja, du sagst es so einfach. ich komme noch nicht hoch ich komme nicht da rein es geht da schon wieder los hey komm da war das volle kraft oder was jetzt ja und wir zwei hundertsten versuch sechs schläge weißt du weil er mir rede wieder raus hilft aus dem ding na komm wird doch nicht liegen auch da werden holen und drinnen aber jedes mal wenn du die schrägen richtig habe ich es ja das ist das ist das war mit einem schlag drin gewesen 2 das ist genau mir auch passiert das ist das Hey. Wee! Wee! schön bist du par schaffst bei mir hätte mich das ja gar nicht aus dem wasser raus ach komm schon und dann dahinter oder was ach man was ist denn heute los sieben wenn der eben jetzt ja gerade und jetzt auf einmal ja ich schmeiße ich mal aus dem spiel ach fick dich doch spiel ey ich hatte sie gerade nach hinten wir wirft er den erstmal nach rechts und nach links weg weißt du auch glückgang ich habe das ding auch gekriegt nein gerade in dem moment kam das ding zurück ich bin wieder raus gehüpft das ist regelmäßig hey was ist das bist du leck mich doch am arsch immer wieder die gleiche kacke weißt du dreimal hintereinander hüpft er da wieder raus oben deswegen gewinnt sie auch nichts ok ach ach was ist das ey ich bin da vier schläge immer noch beim start sieben schläge ich komme nicht weg nicht so nicht ganz so toll dabei dahinter geht es direkt weiter genau ja ja wenn dieses spiel sagt du verlierst dann verliere ich schon wieder so ein ding keine schläge möchte ich hatte wirklich nicht ich habe schon mal kurz das hast gewonnen ich habe schon zu groß hä wozu lege ich hier und was muss jetzt machen hier dann die dinger rein oder was die richtigen das ist wieder so eins wo du eine stufe nach der anderen nach unten musst du musst erst mal auf diese plattform und dann eins nochmal nach unten und dann kommst du zum loch ja 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 also das sind definitiv maps von denen sollten wir echt abstand halten ja aber die müssen wir halt auch mal spielen ja aber die müssen wir halt auch mal spielen schade das ist glaube ich so eine map wo ich es nicht kann das ist das ist aber und 21 rückstand ja es gibt die schminderlose gacke Du darfst nicht in die Löcher rein. Hä? Und wieder nach unten, ist ja klar. Und dann soll ich... Nee, okay, ich dachte schon, dass ich von hier aus spiele. Ups. Na ja, mal. Habt ihr euch da durch. Bogey, glaube ich. Ja. Sieben Schläge. Wie soll ich denn hier überhaupt spielen? Ihr seid doch... Nee, nee, nee. Geht, geht, geht anders weiter. Du musst die Plattform nur um erwischen, dass sie hoch geht. Ich weiß nicht, Mann. Ich bin von Brett Borden aus gerade gesporen. Ach, du bist so unruhig. Aber wir haben auch gerade wieder. Ich bin in dieser Kuhle gewesen auf der Kante, über die Kante rausgesprungen wieder. Ich versau es mir jedes Mal, wenn ich aus dieser Kante rausspringe. Ich kann es nicht über spieg, wenn ich entschie solche Dumpen wieder meine Kanteique abbefinde, Ich habe einen Timur geschrieben. Ich habe die Kanteik mitbefinde... Ich habe die Kanteik abbefinde, in dieser Kanteik, ich habe die Kanteik abbefinde. Ich habe einen Tag mitbefinde Kanteik abbefinde. Ich werde mich selbst verband und schbart unter, ich habe die Kanteik abbefinde Kanteik abbefinde. Okay, da ist kein Boost drin, also ihr müsst auch die Kraft haben, um da komplett durchzukommen. Aber ihr dürft doch nicht drüber, also wer sich sowas ausdeckt, du darfst aber nicht zu viel machen, weil du schießt sonst hinten drüber hinaus, also so ein Bullshit, ey. Jawohl, ich bin durchgekommen. Vier, parken. Ey, so ein Blödsinn, ey. Schon wieder da außen drauf, wieso? Da ist nichts schräg und nichts. Das kapier ich nicht. Es ist... Ey, schade. Elf Schläge. Ja, genau. Nein, fall nicht wieder runter. Genau. Wir müssen da lang. Ja, genau. Und fall wieder runter. Hör mir doch auf, ey. Ist das ein Quatsch. Ah, ich bin zu schnell gewesen. Fick dich, blödes Loch, alter. Geht doch. Jawohl. Nein, das ist doch nicht. Bleibt doch einfach mal an dem scheiß Ding drin. Zehn Schläge. Neun Schläge. Jede Runde. Immer wieder hübt er raus. Ja, ja. Fällt schon in Überraschung. Dass du da sagst, komm, ich fahr wieder runter. Ja, genau. Hä? Hä? Ja, geil. Ich schlick in der Lume drin, komm nicht raus. Geil. Alter, das ist ganz krass. Das gibt's doch nicht, alter. Diese Blumen sind so scheiße. Ja, was soll ich denn sagen? Bei mir fällt er jedes Mal wieder raus. Ich komm nicht an diese Lotusblume, äh, die komische Blume da. Nein, fall doch nicht wieder raus. Ach komm, ey, jetzt ist es zum Kotzen. Du bist ja nicht hierhin geblieben. Hä? Oh, da bin ich bogey, oh Mann, ey. Hä? Wie soll ich wieder raus? Wo soll ich hin? Wer bin ich? Hinter dir ist die Plattform. Hä? Was denn? Ach, hier runter, oder was? Direkt unter dir praktisch hin. Ja, genau, da hast du ihn. Ja, 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 ja. Ja, Mann, das ist ja die Scheiße hier. Oh, es ist zum Kotzen gerade. Diesmal wissen wir, wie es mir in jede Bahn geht. So, wo muss ich jetzt da hin? Da hoch, oder was? Nein! Ach, komm schon. Zumindest, fahr. Sei froh. Dann lass auf. Deswegen hast du eh klar gewonnen. Hey, ich kann den Winkel komplett unter das Dach stellen. Der würde, der springt an diese Kante. Ich komm nicht an dieser Kante vorbei, ne? Und der nächste wieder. Ich hab keine Bock mehr. Dann krieg ich halt 14. Scheiß was drauf. Egal, wo du den Migränen schelst, kriegst du es nicht nur gebacken. Ach, das ist sicher. Hä? Ernsthaft, wie soll ich von hier aus... Oh, okay. Wer denkt sich sowas aus? Wer? Ja, mir ist auch gerade ziemlich der Frust. Ballen auch nicht ins Wasser. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Ey. Also manchen von den... Weil manche von den Bahnen hat man den Leuten echt ein bisschen... Ich will es jetzt nicht sagen, weil das Video auf YouTube geht. Ja. Hä? Hä? Du musst dann oben in diese komischen Bahnen rein. Da sind so... Ja, wo? Bahnen mit Flüssigkeit drin. Na, hier oben auf der Plattform zunächst. Was für eine Plattform? Guck dir mal, wo ich bin. Ich stehe hier noch nicht, wo du bist. Ich bin unten, wo ich komme nicht hoch. Ey, ernsthaft jetzt? Ganz schlechtes Design. Ja, dann haben wir wieder eine Verzehnung. Ich stand unten. Ich kam nicht hoch. Da war eine senkrechte Wand, wo ich hätte hoch müssen. Hochgemus. Die wollte er aber nicht nehmen. Ach man, in diesem Spiel, ey. Vergiss es. Ja, es ist gerade nicht... Es läuft gerade nicht. Natürlich nicht. Warum sollte das auch passieren? Warum? Ja, das sieht gut. Wenn du jetzt... Oh. Ach komm schon, ey. Ich weiß noch, darfst du nicht nehmen. Zehn Schläge. Ich komm nicht mal weit. Ich will da in das schwarze Loch rein und... Das schmeißt mich irgendwo, keine Ahnung, zu Kilometer weit auf meine... Aber auf andere Bahnen. 14. Boah, ist doch schlecht, ey. Jetzt ist jetzt die vierte Bahn oder so hintereinander, wo ich nichts hinkriege. So. Aber bitte nicht, dass ich hier irgendwie... Tschüssi, komm schon. Ey, da musst du nicht, da komm ich her. Ja. Okay, hier runter. Noch. Einmal hier hoch. Ganz saft jetzt. Einmal ein paar sieben. Sieben. Da. Schönen, jetzt wird Kraft da auch nicht rüber. Ne, wir sind doch schon bei 12 Schläge. Ist er durch? Ja, wieder mal genanlos versagt. Fünf Bahnen hintereinander mit zehn und mehr Schlägen. Ja, gut. Passiert. Noch eine Bahn gleich? Ja, ja, ja. Ja, ich mach nur mal kurz mal eine... Ja, ja. Ja, es sind tatsächlich einige sehr frustrierende Dinge dabei. Gut. Ja. Bis zum nächsten Mal.